Freut sie, dass sie so viele Freunde gewonnen hat hier durch ihre Hohen und Übung. Elvire Tessin hier in Atlanta. Und diese Dame haben wir nun schon des Öfteren gesehen, Isabel Severino. Die größte im französischen Team, 1,66. Auch dreifach Schraube zum Anfang. Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, das ist ein Rhythmus, mit dem man einfach mit muss. Samba und in diesen Rhythmus hinein die letzte Akroban. Mit zweieinhalbfach Schraube sicher gestanden. Isabel Severino aus Frankreich. Ja, wenn man sich die Übung so ansieht, auch schon in der ersten Rotation kommt das im Ausdruck, im ersten Durchgang der Mannschaften. Viele Übungen gleichen doch auch fast der Ausstrahlung oder dem Inhalt her von den Übungen. Bei den Übungen der Männer sind doch eigentlich Vorwärtsbewegungen, Salty gestreckt, Drehbewegungen, Schraubenbewegungen. Bei den Frauen als auch bei den Männern gleich enthalten müssen sie doch im Schwierigkeitsprogramm mit aufgenommen werden. Sie hat viel künstlerisches Talent, diese Isabel Severino. Hat auch schon erste Versuche gestartet mit Plattenaufnahmen. Hat einige Sponsoren, persönliche Sponsoren schon gefunden. Ist auf dem Wege, über das Kunstturnen ein Star zu werden in Frankreich. Nicht nur im Sport, ähnlich wie das unter anderem auch bei der französischen Leichtathletin Marie-José Perrec, der Fall ist, die ja auch als Model mittlerweile arbeitet. Und von der Ausstrahlung, von der Körpergröße sieht das prima aus. Die französische Mannschaft also stellte sich hier in ganz hervorragender Form vor. Vor allem im Kürprogramm schade, dass es bei der Pflicht nicht so besonders gut lief. 9,687 für Isabel.